Heyo, hier Prisman und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Batman Arkham Origins. Wir haben einen Stufenanstieg, den lösen wir gleich mal ein. Und zwar gehen wir mal in die Nahkampfverbesserung, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Kampfpanzer 4.0 Oder Spezialkombo Bad Schwarm. Okay, gucken wir mal in die unsichtbare Jägerverbesserung. Ah ja, da haben wir ja noch gar nichts. Erhöhte Batarang-Betäubungsdorfer, verstärkter Gleitangriff. Das wäre natürlich auch super. Seil ausschalten, ja das haben wir schon. Fernlenk-Kralle Spulen geschossen. Das ist eine neue Ausschalttechnik, die ein spezielles Fernlenkprojektil begrenzte Anzahl an Geschossen... Lautsprecher, warte was. Unterbrechung, Lautsprecher-Unterbrechung. Ne, weißt du was? Ich nehme jetzt einfach das hier. Das klingt... Oh ja, 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 ich sehe schon, das ist gut. Nehmen wir das. Gut, das war es mit unserem Stufenanstieg. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wo ich hin muss. Ich muss raus hier anscheinend. Oh, ups. Ne, Moment, mein Ziel ist... Ah, ja, ja, zum Ausgang wieder, okay. Gut, das war die falsche Richtung. Ich bin nämlich von da gekommen. Oder? Lass mich nochmal kurz gucken. Ja. So. Genau, jetzt... Ach ja, richtig, das war das. So sind wir ja hier reingekommen. Na? Wo ich noch dachte, dass wir hier wahrscheinlich... Oder vielleicht Mr. Freeze treffen. Oh nein. Ah... So, dann kommt mal her, hier. Nein, du gehst schön weg von diesem Waffenschrank. Ja, jetzt hier, genau. Oh, doch nicht, wow. Bin nicht getroffen worden. Was geht denn hier, ey? Oha, ja, gut, da bin ich dann noch einmal getroffen worden. Hä, dieses Klingeducken funktioniert doch nicht mal. Mann. So, ein paar schöne gebrochene Rippchen. Und jetzt raus hier. Ich sollte den Kanister zerstören, bevor ich weitergehe. Alles klar, warum nicht? Ich muss diesen Kanister zerstören. Alfred, ich lade eine Probe der Chemikalie hoch. Du musst für mich die Stadt danach scannen. Suche nach einer hohen Konzentration des Gemischs. Finde die Quelle, dann wege ich sie lang. Gewiss, ich gebe Bescheid, sobald ich etwas gefunden habe. Sehr gut. Dann können wir jetzt raus hier. Okay, so. Mal gucken, was uns als nächstes alles erwartet. Ich empfange kein Signal vom Electrocutioner. Ich muss weiter nach oben. Der mittlere Pfeiler der Pioneer Bridge sollte reichen. Ja, ja, genau da wollte ich hin. Wer was anderes sagt, hat es nicht geschnitten. Wobei, wie weit ist denn das weg? Ei, 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 ei. Nee. Doch. Tatort. Tödlicher Sturz. Hä? Hä? Ach da. So. Oh, oh, oh. No. Ja, okay, doch. Dieser Pfeiler? Entschuldigen Sie, Sir, aber ich habe Berichte über eine Tumult in Ihren Tee erhalten. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Sie sollten sich das vielleicht ansehen. Ja, ich gucke da jetzt mal nicht rein. Ach, das ist wohl dieser mittlere Pfeiler. Fuck man, da kann ich hoch. Dafür wird der Joker schon zu rücken. Wir haben keine Angst vor euch. Und der Hammer kann... Äh. Na also, jetzt muss ich das Signal nur noch zurückverfolgen. Wirklich, 500 Meter in die Richtung. Na gut. Oder kann ich da vielleicht mit einem Dings hinfliegen? Geht das? Ja, genau da kann ich natürlich wieder nicht hinfliegen mit einem Bad Wing, Alter. Ich glaube es auch. Muss ich wohl mal diesen Turm da reaktivieren, damit ich da auch wieder langfliegen kann mit einem Bad Wing. Hallo? Doch in die Richtung Ok Oha Alter, das war gerade ein harter Lag Tut mir leid dafür Ja, jetzt Warte mal, kommt es hier links rum, nehme ich mal an Ui, ui, ui Alter So, meine Frisse, her, wo muss ich denn lang? Ja, 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 ja So, ich schau da mal ab, ne Oder wäre ich da richtig gewesen? Scheiße Ja Warte mal Der ist doch Ja, das ist der Kilo in Ruhand Doppelett oder sowas Die Kampulierung hat das in der Dreh Dass er sie dringend rein Und das soll ich dir glauben Hey, ich sag nur, was ich gehört hab Angeblich wurde sie in der Spezialzelle Um die Gitter gesperrt Damit sie nicht verliehen kann Boah, Alter, ist gut Wirf die scheiß Rauchbombe Dann halt nicht Wichser So, wo muss ich denn jetzt hin, hier? Mein gut Muss ich da lang? Ja, komm weiter Oh Mann Ja, wo muss ich lang? Muss ich doch irgendwie da lang, oder was? War ich jetzt? Ist das irgendwie im Untergrund? Oder hier? Alter, wollt ihr mich alle verarschen? Dieses Zeichen Für die Kaufbehalte Der Dienstamt wird sich wunderbar Wie die sind Zu ruhig Wenn sie Stress macht Wie ein bisschen was ab Und gut ist Ich schneide es nicht Wenn Kabelbord so darauf brennt Das Zeug in die Hände zu bekommen Warum lässt er sich dann so viel Zeit? Mach es einfach auf Dass sich hier jeder um seinen Kram kümmert Wir können kein Gebrauch Der hier rumschnüffelt Ich kann ja jetzt nicht Ich kann ja auch nicht ewig weit hier Aufs Meer rausfliegen, ne? Oder auf den Fluss Äh Na? Wäre nett, wenn mir jetzt noch was angezeigt werden würde Das ist das Signal Sieht aus, als sei der Electrocutioner im Royal Hotel Der Joker hat das gesamte Royal angebietet Aber wieso sorgt das SWAT für die Sicherheit? Ich muss herausfinden, was hier los ist Äh, wo ist denn das SWAT? So ist SWAT Okay, es ist Royal Jetzt nur die Frage, wie ich da reinkomme Da? Hi Oha Oh Junge, ne, ne, ne Die sind mir zu krass Die sind mir zu krass Tschüss Ja, sorry Fürs Feuer Hm Jetzt muss ich noch da hoch irgendwie Hier konnte ich gerade klettern Äh Ja, genau Mist Gar kein Plan, wie ich da reinkomme Hier ist ja auch schon wieder nichts Nee Das war es wohl nicht Ey, mein Wäldsignal ist Von da Ah, natürlich gibt's da einen Scharfschützen, Alter Was soll die Scheiße Alter, what the fuck, man Was geht hier ab? Hm Hm Muss ich vielleicht einfach durch den Vordereingang? Oh, ah, nee. Oh, doch, vielleicht. Ja, was ist das? Hm. Na gut, ich würde jetzt erst mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, hat es euch gefallen. Haut raus, bis zum nächsten Mal und ciao. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.